Die Pfalz und ihre Pfälzer. Haut nah! Neues aus der Sauna. Zwischen Leberwurst und schiefem Sack. Masche! Ach Gott, was ein Hitze! Oh Karl! Kurt! Helga! Masche Kurt! Oh Karl, guck mal da! Ja, liebes Ding, nicht fasschissen und nix! Masche! Masche, junge Dame, nehmen wir einen Plätzchen frei. Oh, lieber nicht. Da hat man meinen Freund davon abgeholt. Der schafft beim Gesundheitsamt, wissen Sie? Wegen der Schweinegrippe. Bei mir hat sich noch nix geringelt. Nein, nein. Der hat gesagt, die größte Gesundheitsgefahrt hätte nach wie vor vom Gabelfleisch ausgeht. Die Pfalz! 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 Die Pfalz!